So, jetzt mal hier so. Wie war es denn jetzt so die erste Saison hier am Ballermann? Sehr schön. Hat mir ganz gut gefallen. Was hat dir am besten gefallen? Ja, dass die Fans alle so treu waren zu mir und sind im Bierkönig reingekommen und Oberbayern und haben alle gerufen, hey, mach doch weiter so, Schäferlied. Und auch die Mädels alle, wo ich am Strand entlang gekommen bin, da sind sie angekommen und wollten mit mir ein Foto machen. Und dann sagten sie, ah, ist ja heiß auf den Füßen. Ist ja heiß. Ich sag, wo ist heiß? Ja, unten an den Füßen. Ja, komm mal her, mach doch ein Foto, Mensch. Das ist der Hammer, ne? So viele Leute, bis du nur am Autogramm schreiben. Ja, ja. Deswegen, wenn man irgendwo hingehen muss, muss man frühzeitig in der Stunde vorher losgehen, sonst kommst du nicht rechtzeitig an. Wir laufen jetzt auch extra zweite Reihe, weil vorne rum hat keinen Sinn, werden alle zwei Meter angehalten. Da kommen alle vom Strand an, vom Baden mit ihren Bikinis und kommen mit Schäferhörner ein Foto machen. Gibt's denn jetzt schon mal so, wie sagt man da, ungezogene Angebote, dass die dir auch schon so BHs oder Schlümpfe auf die Bühne geschmissen haben? Ja, hier in Mallorca noch nicht so, aber sonst in Deutschland, wo ich auf Diskotheken besuche war, da krieg ich das dauernd vor die Füße geschmissen. BHs und Strings-Tanga oder Tanga-Stringer oder wie. Geil. Ich hab die ganze Tasche voll zu Hause. Die kann ich mal mitbringen. Kannst auch auf der Wäscheleine lang machen. Kann man ein Gewinnspiel machen? Genau. Ja, mit Verlosung dabei. Die String-Tanga ist von Schäfer Heinrich. Genau. Hammer. Figuren. Rock 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 Au Bond